Was spült sie da ab? Das weiß ich, dann zählt ich. Irgendwie wird er viel gekauft. Irgendwie wird er gemaßregelt, ja. Wie man es deutlich sieht. Ich möchte das aber nicht. Nein, einen hat sie da noch. Ei, unsere kleine. Ei, zu lang. Die Lonka gibt's ihr. Los, lass mich ja nicht mit durch. Ei, ei, ei. Ich würde jetzt auch weggehen, Leute. Jetzt wird's echt ernst. Sie hat aufgegeben. Ja, jetzt hat sie wohl doch eingesehen, dass Mama die Stärkere ist, ne? Ja, dazu muss sie jetzt aber ein bisschen länger holen. Kleine Klärchen. Klärchen wollte ihre Mama verbeißen. Das ist ja wieder. Oh.